Jetzt sind wir in einer wunderschönen Natur, oben in Zerfreila. Das kocht mein Kochen natürlich sehr beeinflusst. Wir gehen mit dem Team regelmässig in die Wälder und sammeln Kräuter, Beeren, Pilze. Wir arbeiten auch mit Tannen oder Waldameisen. Ich glaube, es gibt auch sehr viel Kraft und Inspiration. Der Stein, das Wasser, das überall ist. Ich sage immer so, ja, Wald ist mein Garten. Es ist mir sehr wichtig, dass ich mit der Region verwurzelt bin. Und das koche auch wieder Spiegel im Kochen. Was man auch nicht vergessen darf, ist die Qualität der Produkte. Die muss immer zu oberste oben stehen. Die findet man manchmal vor der Haustür oder im alpinen Raum. Von daher ist das immer das oberste Gebot. Die Qualität muss top sein. Bei mir im Menü, da arbeite ich gerne Erinnerungen. Das heisst für mich, all die Erinnerungen aus meiner Kindheit durch meine Reise wieder neu beleben. Und den Gästen zeigen. Und natürlich soll das anstecken, dass er sich neue Erinnerungen gewinnen. Und dass wir gemeinsam viel Spass haben. Und der Gästen der Gästen von oben ist meine Reise greater Zeit und der Gäste. Das alles gibt auch noch nicht mit meinen Reise. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich mit den Gästen.